Wenn man das hier sieht, hier kommen ganz normale Leute her, spielen hier ein bisschen das Kindergolf oder hier Fußballgolf oder gucken sich das Turnier an, sozusagen ist es richtig publikt und richtig breit geworden. Fantastische Atmosphäre, also tolles Angebot, spannende Spiele. Diese Atmosphäre hier vor zu haben, das ist einzigartig, wird es wahrscheinlich so schnell nicht mehr geben. Er wollte hier unbedingt Richtung Hübsburg und jetzt auch hier in die Richtung, wo für Kinder einiges geboten wird. Ich habe das erste Mal Golf gespielt. Ich habe meistens den Ball getroffen. Zu stark, zu schwach. Ich finde es auch mal schön, mehr so Profis zu sehen, weil dann sieht man auch mal, wie schlecht man im Gegensatz zu Profis ist. Die Atmosphäre ist sehr natürlich, sehr authentisch. Man trifft hier alles Mögliche am Publikum. Es ist ein tolles Angebot, weil es die Kinder ganz spielerisch ran führt und dann mal einen richtigen, schweren Schläger in die Hand nehmen. Also hat man schon gemerkt, nach dem ersten fünf Schlägen hat es echt was gemacht und wollte nicht mehr aufhören. Man kann gucken, man kann hier einen Tag verbringen. Es ist super spannend und mit hier so Angeboten Fußballgolf. Und so kann man eigentlich ein wunderbares Wochenende verleben.